Und hi meine Süßen! Und heute werden wir als Räuber in andere Häuser kommen und das Geld klauen. Also versuchen, wie ein Räuber zu sein. Und wir ziehen uns jetzt wie ein Räuber an. Eins, zwei, drei. Okay, wir sind auf jeden Fall fertig. Und wir werden nicht nur so ein normaler Dieb, sondern wir werden der beste Dieb in Brookhaven. Wir werden alle häken und wir werden alle ausrauben. Und heute versuchen wir es wirklich. Okay, das erste haben wir halb geschafft. Puh, das ist schwer. Aber das müssen wir irgendwie schaffen, meine Süßen. So, erstmal denken wir nach. Denken wie ein Räuber nach. Sollen wir vielleicht... Oder sollen wir... Nein, hier geht's leider nicht. So, wo können wir denn noch eigentlich... Vielleicht hier. Oh mein Gott, das ist sogar offen. Okay, Vorsicht! Wir müssen hier... Vorsicht auf diesen Balkon drauf klettern. Vielleicht können wir von da irgendwie hoch. Huf! Vielleicht ist der Balkon da offen. Okay. So, hier hin. Und hier hin. Oh mein Gott. Leute, wir schaffen das gleich. Ja! Das erste haben wir fast geschafft. Wir müssen dann irgendwie nur noch einbrechen. Das Feuer ist an. Oh, wie können wir da rein? Denk mal noch. Also, vielleicht spawnen wir mal. Warte. Geht gar nicht. Vielleicht klick 17. Den allerbesten Schlafsack. Haben wir ihn überhaupt? Oder... Oder... Wartet mal. Seht ihr das? Das ist der. Wir hacken das mal auf. Eins, zwei, drei. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es gehackt. Okay. Also, was brauchen wir, um zu helfen? Und... Ist da. Die Bombe. Fangen wir an. Ja, wir haben es geschafft. Puh. Jetzt holen wir das Geld raus. Und rennen schnell weg. Okay, wir haben es mindestens... Geschafft. Jetzt versuchen wir hier einzubrechen. Gucken wir mal, ob wir es schaffen. Leise schleichen wir uns hier... An... Ha. Wir sind da. Vorsicht. Atombombe. Ha, ha, ha. Okay. Mit der wird es leider nicht klappen. Oder... Natürlich. Wir hacken alle in der Welt. Also, versuchen wir nächstens... Alle auf der Welt zu hacken. Das ist aber noch nicht sicher, dass wir es schaffen. Also... Ich bin eine neue Hackerin. Und ich... Kenne mich damit noch nicht so gut aus. Okay. Jetzt klettern wir leicht... Leise auf den Baum. Der gar nicht existiert. Und... Jetzt versuchen wir mal, hier einzubrechen. So, Vorsicht. Klettern wir auf den Grill. Und springen... Oha. Das werden wir nie schaffen. Oha. Ich hab's sogar geschafft. So. Und ich spüre es. Wir hacken mal kurz den Raum. So. Okay, okay. Oh nein. Ich weiß, wo der ist. Da drinnen. Aber jetzt müssen wir wirklich stark hacken. Fangen wir mal an. So. Diesmal war es wirklich ganz schwer, den zu hacken. Aber wir haben es auch geschafft. So. Das war hier. Genau in diesem Raum. Wir haben es geschafft zu hacken. Okay. Und... Ah, Atombombe. Vorsicht. Ja. Und das nächste Geld gehört auch mir. Nice. Okay. Wir haben alle Häuser hier schon ausgeraubt. Oh, dieser Haus sieht gut aus. Und da sind sogar Menschen drin, wie ich sehe. Okay. Fangen wir mal an, den auszurauben. So. Erstens klettern wir drauf. Zweitens klettern wir hier drauf. Okay. Wir sind ja da. So. Wohin können wir hier drauf klettern, um ins Haus reinzukommen? Ich glaube, wir schocken es nie im Leben. Aber wir versuchen es zumindest. Oh. Oh. Das ist gefährlich. Oh. Oh. Okay. Nein. Ich bin fast runtergefallen. Oh. Deswegen. Ich bin wirklich dagegen. Aber mein Chef hat mir gesagt, dass ich es machen muss. Also. Raube. Ich. Oh nein. Ich habe es gar nicht geschafft. Also versuchen wir mal, nicht einzubrechen, sondern mal zu klingeln. Für Geld. Und um zu betteln vielleicht. Okay. Klingeln wir mal. Und klopfen mal. Hört sie mich etwa nicht? Okay. Dann müssen wir etwas wegmachen. Komm schon. Okay. Wir haben geklingelt. Aber die kam nicht. Also fangen wir mit den extremen an. Und. Wir können. Anfangen. Wieso geht das denn nicht? Bam. Vorsicht Menschen. Alle die gerade da sind. Okay. Noch ein Bam. Jetzt machen wir es da drin. Okay. Wir haben es geschafft. Jetzt machen wir einen lauten Bam. Okay. Die kommt immer noch nicht. Wir brauchen aber eine Basis. Und zwar eine tolle Basis. Und zwar eine tolle Basis, da wo niemand kommt. Zum Beispiel. Wir suchen mal. Was könnte passen zu einem Räuber wie ich? Also zu einem Räuber wie ich würde passen. mehr wie so eine Basis. So was. Genial. Jetzt sind wir auf jeden Fall bereit, alle zu hacken und alle zu ausrauben. Fangen wir schon mal an? Okay. Wir sind drin. Auf jeden Fall müssen wir alles schließen. Oh. Egal. Das Wichtigste ist, dass wir hier sind. In unserer Basis. Das wird unsere Basis sein. Die passt uns perfekt. Jetzt können wir alle hacken. Oh. Ich glaube, wir hacken gerade Kätzchen. Okay. Jetzt haben wir aber das Richtige auf. Die Hack-H-App. Okay. Wir versuchen mal, irgendjemanden zu hacken und Geld rauszubekommen. Ha, 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 ha. Okay. Fangen wir mal an. Ha, ha, ha. Wir haben die Brooklyn Bank ausgeraubt. Und gehackt. Endlich. Haben wir mindestens irgendwas geschafft. Puh. Jetzt müssen wir hart arbeiten, um noch mehr Geld zu verdienen. Wir werden der stärkste Hacker der Welt. Also ich werde der stärkste Hackerin der Welt. Okay. Meine Pflanzen fasst niemand an. Ja. Außer ich selber. Okay. Wir gucken mal, ob diese Atombombe wirklich so stark ist. So. Alles in Ordnung. Wir können bald starten. Der Atombombe wird bald anfangen zu brennen. Und dann fliegt ja alles hoch. Okay. Eins. Ich habe zu Angst. Okay. Eins. Zwei. Oh nein. Das schaffe ich nicht. Okay. Wir schaffen das schon. Eins. Zwei. Drei. Oh nein. Oh nein. Vorsicht. Hier brennt es. Hier brennt es. Oh nein. Oh nein. Was soll ich tun? Es brennt. Es brennt. Puh. Schneller. Feuer. Geh weg. Oh nein. Oh nein. Pflanzen. Pflanzen. Schneller. Schneller. Oh nein. Jetzt bin ich auch noch eingesperrt. Okay. Schneller. Schneller. Wir müssen hier raus. Es brennt. Meine Pflanzen. Egal. Das Wichtigste ist, dass ich hier rauskomme. Ah. Ich möchte noch. Jemand. Wollte. Bei mir. Einbrechen. Okay. Dann versuch's doch mal. Hahaha. Aber der weiß nichts über meinen Plan. Wir nehmen mal die wichtigen Sachen raus. Und fertig. Wir haben die allerwichtigsten Sachen rausgenommen. Ähm. Wo ist der denn? Oh. Wir haben's verschlafen. Der ist weg. Oder der ist sogar eingebrochen. Okay. Wir kommen mal raus. Und gucken, wo dieser Mensch ist. So. Vielleicht oben. Okay. Oben ist er auf jeden Fall nicht. Vielleicht. Okay. Dann hat mein Plan leider nicht geklappt. Hahaha. Aber wir werden trotzdem der Stärkste der Welt. Die Stärkste der Welt. Wir können sein der Welt. Wir halten das ganze Brookhaven. Und halten das ganze Roblox danach. Puh. Alle Häuser werden meine. Und alle Spiele werden mir gehören. Nur mir. Hahaha. Ich würde alle Verstecke von Brookhaven wissen. Und alle Secrets. Alles werde nur ich wissen. Und das ist meine Basis. Das war mein erstes Secret, das ich erfunden hab. Und Brookhaven geklaut hat. Hahaha. Aha. Okay. Wo ist es denn? Mein echter Secret. Oh nein. Der ist weg. Oh Gott. Da ist er. Okay. Wir haben es geschafft. Wir sind in der Basis angekommen. Hier werde ich alles hacken. Komm schon. Geh auf. Komm schon. Okay. Wir versuchen es noch einmal. So. Nein. Aber Chef. Das geht einfach nicht. Ich kann in die Basis nicht rein. Aber wenn sie nicht geht. Ich kann ja nichts dafür. Oh. Dieser Chef. Ah. Okay. Okay. Ich mag es überhaupt nicht, wenn es so ist. Oh. Komm schon. Geh auf. Blöde Basis. Alles ist so blöd. Oh. Okay. Jetzt gehen wir mal nach Hause. Hof. Ich hoffe, wir kommen gleich an. Ja. Danke, dass ihr mich gefahren habt. Oh. Wieso bin ich so höflich? Puh. Ich mag es überhaupt nicht, höflich zu sein. Ich bin Hacker. Nichts mehr. Puh. Okay. Wir gehen jetzt kurz mal rein. Okay. Alles ist toll. Alle Pflanzen sind da. Okay. Was? Was ist hier los? Ah. Oh nein. Ah. Oh nein. Meine letzte Bombe. Eins. Zwei. Drei. Drei.